Liebe Michaela Maria Müller, du stellst sogar dein eigenes Buch zur Verfügung auf See, die Geschichten von Arjan und Samir erschienen im Frohmann Verlag. Warum bist du dann meinet, dass dieses Buch die Welt verändern kann? Ich hoffe, dass es die Welt verändern kann und ich hoffe, dass es ein paar Leute mehr zusammenbringen kann, nämlich die Deutschen und die Somalier, die voneinander sehr wenig wissen, eher eben die Deutschen über die Somalier. Was hat es denn bei dir verändert, nachdem du dich auf die Recherche begeben hast? Ich habe mich durch mehrere Länder erst mal gefragt, sozusagen London, Schweden, bis ich dann nach Somalia gekommen bin und ich habe ein bisschen Somali gelernt. Ach wirklich, du kannst Somali? Ein bisschen Somali, ja. Und gibt es da auch so drei Artikel und Pluskomperfekt und so weiter? Zwei. Aha. Ja, und es gibt tolle Schriftsteller, vor allem tolle Dichter, politische Dichter, die der Welt viel zu sagen haben, wenn sie dann übersetzt werden würden, was ich hoffe. Sag mal einen Namen. Garhiel, Hadrawi, ganz, ganz wichtige Leute, die auch seit dem Bürgerkrieg immer wieder ihre Stimme erheben. Tauchen die auch in diesem Buch auf? Ja. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Ja, viel Spaß mit dem Buch und alles Gute. enfin. Entschbelt. Das kann, was ich rein. Bis jetzt nicht, total ist. Bis, bis jetzt möchte ich Ihnen Rektivin. Bis, bis dann mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.